Bitte, bitte Verstaz, bitte. Willkommen mit dem Verstand. Ich, es muss vor Ortenbleib drauf. Händen, bitte. Beide in der Stadt. Schatten, entsprechend, zwei Reden. Hallo, ich dachte in der Stadt, wir sind beim Verstand, wir sind beim Verstand der Arbeit, bitte. Händen, bitte. Bitte, bitte. Da haben wir alle die Händen und die Händen, die vor der Wand, die drei Bootlegene, Ein Bild, auch für die andere Rolle, jedenfalls, aber jetzt ist es noch nicht so stark, denn sie streng nach Fahreraktion, aber sie erreichen 80 Stunden Schlammeln, ohne Probleme. Gut, waren wir bereit? Fahrer, Achtung! So, der zweite Achtung an die Landierbälle ist, die 70 Stunden, die sind in der Achtungspur, die sind in der Welt. Und, was ich hoffe, der große, ist erlaubt, ich werde, glaube ich, die werden an der Olympischen Schülpfermeischen landieren. Ich habe auch in der ersten Achtung an den Achtungspur gemacht, der Achtungspur, der in der Achtungspur, den wir immer wieder an den Achtungspur, und er hat die Achtungspur geschlossen. Moment von 1,5 km, dass wir jetzt in der Achtungspur stehen. Norddeutscher Rundfunk 2020 Rundfunk 2020 Rundfunk 2020 Rundfunk 2020 Wir wollen jetzt auch ein bisschen schön zurück. Und auch der Wage kommt, dass wir noch ein bisschen mehr aufgenommen haben. Wir sind wirklich mit dem Ball, und wir haben jetzt auch mit dem Treffer von der Gare, dass wir jetzt bei Ihnen das Ball. Und das ist wirklich mit dem Ball zu, und der ist auch noch ein bisschen mehr aufs Leben. Und das ist auch noch ein bisschen mehr aufs Leben. Und das ist auch noch ein bisschen mehr aufs Leben. Der Schritt ist vor allem auf dem Weg zu fahren. Wenn wir hier in die Flucht gehen, dann werden wir hier noch ein bisschen runter. Da ist ein Kuppelsprunglich. Hier ist ein Kuppelsprunglich. Hier ist ein Kuppelsprunglich. Da ist ein Kuppelsprunglich. Hier ist ein Kuppelsprunglich. Dann kommt der Kuppelsprunglich. Hier ist ein Kuppelsprunglich. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank! Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ein Mensch, der hat auf der Zaun einen Kampel gelegenen Platz, der in Zweihebaut selber genannt. Allerdings wird es eigentlich, dass wir gleich checken, die Zweihebaut haben, wenn die Zweihebaut haben. Wir gehen jetzt zum Kampel hier in der Zweihebaut in der Zweihebaut. Wir haben jetzt einen Kampel von einem Jalot-Grupp. Wir haben hier einen Kampel, der Zweihebaut ist, auf der Zweihebaut ist. Auf der Zweihebaut hat man die Zweihebaut. Die Zweihebaut ist auf der Zweihebaut. Jetzt möchte ich mich mitnehmen, dass ich auch noch die Technik mache. Und das ist jetzt gescheitert, dass ich damals ins Bruch gewöhnt habe. Die Brüder ist noch gut. Der Sieger ist nicht bestehend geworden, dass ich den Kontraut auch da rauskomme und was das Feuer zu setzen muss, in der Netzstadt muss das Feuer zu halten und wir können die schon wieder drücken. Und wir haben alles auf den Bühnen und wir können den Rücken noch gut machen. Das war ein Tag, das wir auch gerne haben, das Grün ausgesehen haben und das ist auch Sie können jetzt schon vorsichtig ablesen und heute wieder einen Tag, das kann man dann hören.